An Karl Kraus. Ich hatte von der letzten Nummer der Fackel nur ein Probeexemplar und das ist mir gestohlen worden. Wollen Sie mir bitte ein Belegexemplar herschicken? Die Nummer mit meinem Bohem-Artikel. Mit meinem Tripper bin ich entschieden auf dem Wege der Besserung. Eine schwere Pollution, die sich gestern bei einem sexuellen Exzess bahnbrach, ist ohne Folgen geblieben. Mit diesem Wunsch auch für Sie, Ihr Erich Müse.